Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht es um das neue Album von Blur, The Ballad of Darren. Ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als ob es jetzt 1995 wäre. 2023, vor ein paar Monaten ist das neue Album von Noel Gallagher rausgekommen, jetzt zieht Blur nach. Also ja, diese Rezension, diese Kritik, diese Review beginnt mit dem absolut klassischen und eigentlich ziemlich nervigen fast schon Blur und Oasis Vergleich, aber es nützt nichts, die beiden Bands gehören irgendwie ein bisschen zusammen, ob sie wollen oder nicht. Jedenfalls ist Damon Albarn ja ein extrem umtriebiger Musiker, hat erst vor, ebenfalls vor ein paar Monaten, nämlich im Februar, ein neues Gorillas Album veröffentlicht. Das haben wir hier auch rezensiert, könnt ihr euch einmal anschauen, wenn euch das interessiert. Dieses Album hat extrem lange gebraucht, um tatsächlich mal an die Öffentlichkeit zu kommen. Umgekehrt ist es jetzt so, dass Blur sich erst in diesem Jahr, Anfang des Jahres zusammengesetzt hat, ins Studio gegangen ist und jetzt das ganze Ding schon wieder da ist. Also da muss man wirklich einmal ein bisschen Props geben, weil es gibt auch andere Projekte von Damon Albarn, die wirklich sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Jedenfalls ist er, wie gesagt, irgendwie nie müde. Er hat irgendwie nie eine Schaffenskrise und es ist was Neues dahergekommen. Zum ersten Mal seit acht Jahren hat es neues Material gegeben. The Narcissist ist als erste Single rausgekommen. Es ist ein Song, der schon ziemlich viel Vertrautes mit sich bringt, der auch Damon ziemlich glänzen lässt, würde ich sagen. Also er steht ihm sehr gut. Die Gitarren sind auch sehr, sehr, sehr schnell da, dass man sie verinnerlichen kann. Und die Chöre, die hier auf diesem Track zu hören sind, die auch Damon unterstützen, die untergänzen, die bringen da wirklich sehr viel, ein sehr großes Wir-Gefühl sozusagen zurück. Und das Piano macht dann auch noch seines. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ziemlich im Zentrum dieses ganzen Albums steht. Es geht um dieses Wir-Gefühl. Es geht um diese gewissen euphorischen Momente, die aber gleichzeitig auch ein bisschen elegisch immer ausgelegt sind. Ich würde sagen, dieser Song, The Narcissist, war gar nicht so übel. Er hat auch ziemlich viel, sagen wir mal, ziemlich viel Ansteckendes gehabt, aber auch nicht die ganz letzte Portion Durchschlagskraft bieten können. Da war mir ein bisschen zu viel mit der Handbremse noch dabei, aber prinzipiell eben war das ganz cool. Und man muss ihnen eben ein Kompliment machen, dass sie eben seit Jänner das ganze Ding aufgezogen haben und jetzt so richtig durchgezogen haben. Produziert wurde die ganze Platte von James Ford. James Ford ist ein alter Weggefährte von Damon Albarn. Der hat auch einige Gorillas-Alben schon produziert, war bei den Last Shadow Puppets selbst als Mitglied mit dabei, hat die Arctic Monkeys produziert, hat Jesse Hubert produziert. Also hat wirklich sehr viel Erfahrung und man merkt auch seine Handschrift, man hört seine Handschrift auch auf diesem Album ziemlich raus. Es ist teilweise ein bisschen zu verblümt alles, es ist teilweise ein bisschen zu sehr in Watte gepackt, aber ja, das ist halt seine Herangehensweise, wie er Musik eben leben möchte. Gibt es ja sehr viele Beispiele bei Produzenten, wenn wir nur an Jack Antonov beispielsweise denken. Aber das passt eben, je nach Künstler, mehr und mal weniger. Aber Blur jetzt, in diesem Sinne hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Raues gewünscht. Die Band startet mit The Ballot in dieses Album rein. The Ballot ist ein Song mit sehr viel Schmelz, Damon singt sich sehr viel Bedauern von der Brust und man hat das Gefühl, dass auch David Bowie ein bisschen seine ganzen Finger im Spiel gehabt hätte. Also David Bowie ist so eine Kunstfigur, ein Künstler natürlich, der uns immer wieder begegnet auf diesem Album. Man hört es eben beispielsweise auf diesem Opener. Damon, sehr depressive Lyrics, mehr oder weniger. Aber seine Band, die kommt daher und die macht ziemlich viel Euphorisches. Macht eben sehr viel Schwungvolles daraus. Schwungvolles Arrangement gibt es hier. Es gibt ganz viele interessante Gitarrenläufe. Es gibt einen coolen Basslein, also sehr aufmüpfig. Trotzdem gibt es eben aber keine richtige Depression, sondern man schafft den Spagat aus sehr betrübten Lyrics und sehr aufgeweckten Instrumental. Das hört man wahrscheinlich noch besser auf dem Song Barbaric. Das ist der dritte Song dieses Albums. Der hat nur eine einzige Funktion, nämlich so lange wie möglich im Ohr des Hörers, des Adressaten zu bleiben. Das ist wirklich ein unglaublich anstechender Track. Der ist super cool. Damon singt über den Verlust des größten aller Gefühle, nämlich der Liebe. Und seine Band, die macht das komplette Gegenteil. Die kommt so richtig schwungvoll daher. Die macht so richtig fast lächerlich euphorische Klänge noch dazu. Vielleicht erinnert der Track ein bisschen zu sehr an die Gorillaz. Vielleicht funktioniert er auch deshalb so extrem gut. Aber trotzdem, es ist wirklich sehr schön. Es glitzert zwar viel. Es ist alles sehr stark in Bewegung. Man kann auch ein bisschen die Smiths raushören. Aber Damon Albarn und sein Gitarrist Graham Coxon machen eben auch ihre eigene Sache draus. Und das ist das, was auch eben sie auszeichnet. Seit immer schon. Man hat auch das Gefühl, das ist wirklich so Oldschool-Blur. Sie werden auch ein bisschen lauter. Eigentlich nur auf einem einzigen Track. Und das ist in St. Charles Square. Ja, auch hier ist wieder David Bowie ziemlich greifbar. Und die frühen 70er oder die späten 70er oder die frühen 80er so sind auch sehr spürbar und merkbar. Das ist ein sehr verrückter Rock'n'Roll-Sound, der nicht wirklich weiß, wo er hinziehen möchte. Er eben trotzdem sich immer bewegt. Also wirklich so richtig verwirrt, mehr oder weniger auftritt. Das ist auch der große Star. Die Verwirrung dieses Tracks, die für mich ein bisschen zu lange ausgefallen ist, vielleicht sich ein bisschen zu sehr wiederholt, aber trotzdem schon sehr viel Gutes mit sich bringt. Also wenn es laut wird, dann wird es auch wieder leise und blur. Ja, die laden uns auch so ein bisschen zum Schunkeln ein in Russian Strings. Da gleiten wir mehr oder weniger sanft durch einen Saal. Damon Albarn führt uns so richtig durch den Tanz ganz sachte. Und wir schauen, dass wir nicht zusammenbrechen wie diese Miethäuser, die Damon Albarn in diesem Song auch besingt. Ja, es gibt dann auch noch eine Fortsetzung dieses Tenors, dieses Schunkeln mehr oder weniger, nämlich in the Everglades. Ein Song für Leonard Cohen. Das ist wirklich auch so etwas, da ist sehr viel Angenehmes mit dabei, sehr viel Natürliches, sehr ein reduziertes Ambiente. Es erinnert ein bisschen an Simon & Garfunkel. Die Streicher, die machen den Song dann noch ein Stück größer, also die laden ihn dann schon nochmal auf. Und dann wird ein bisschen experimentiert auch. Es gibt einen Track, der heißt Far Away Island, da sind die Streicher wieder mit dabei. Da gibt es Gesänge, die üben sich in Meditation und weisen einen ganz sanften, fast schon unschuldigen Touch auf. Also der Track, der hat sehr viele schöne Seiten. Der schlägt verträumt bis fast schon romantisch auf. Und schafft es aber auch, so wirklich bei sich zu bleiben. Also man wird da jetzt nicht so komplett aus dem Fenster sich lehnen, wenn man diesen Track hört. Oder beziehungsweise Blur hat es jetzt nicht wirklich große Experimente gemacht. Und dann tönen plötzlich Bläser und der nächste Track beginnt. Und das ist Avalon. Da hält der Triumph einfach Einzug. Das ist ein sehr triumphaler, sehr, sehr triumphaler Track. Zumindest in gewissen Passagen. Avalon ist sich nicht ganz sicher, wie die Zukunft so weitergehen wird. Aber er sagt zum Schluss, zumindest die Conclusio, the glass is still half full. Also er sieht wenigstens da eben auch das Positive. Immer wieder trinkt er eine ganz mächtige Gitarre in diesem Song durch, die im Gleichschritt mit Damons Gesang geht. Und das auch sehr schön ist, die ziehen so gemeinsam nach vorne. Und dann geht es schon direkt über in den letzten Track dieses ganzen Albums. Das ist The Heights. Da gibt es eine Akustik-Gitarre, die beginnt. Und die Atmosphäre ist wirklich sehr, ich würde sagen, ja, sehr David Bowie-lastig schon wieder. Auch hier haben wir es mit einer gewissen Verzerrung zu tun. Die Verzerrung, die umrahmt und die umarmt eigentlich die ganz liebliche Gitarre. Und es kommt zu einem ganz erregenden Schlusspunkt von diesem Album. Es kommt zu einer Katharsis, also einer wirklichen Befreiung, die aber dann auch wieder vollkommen in sich zusammenbricht. Wo zum Schluss dann einfach nur noch so Rückkopplungen zu hören sind. Wo Störungen einfach nur noch dominieren. Und so auch das Album mehr oder weniger outfaden. Also das war dann auch schon nochmal ein gewisses, sagen wir mal, Experiment dann zum Ende. Insgesamt muss ich sagen, dass dieses Album, The Ballad of Darren, ein ziemlich schönes Comeback ist. Von einer Band, die immer noch beweist, dass sie einfach ziemlich viel richtig machen kann. Damon Albarn und Blur, beziehungsweise Graham Coxon, wissen einfach, wo sie die Knöpfe so richtig anpassen müssen. Oder so einstellen müssen, damit irgendwie immer was Schönes dabei rauskommt. Und dass eine sehr schöne Chemie eben immer noch spürbar ist. Es gibt sehr viele schöne Lieder, die aber vielleicht nicht immer vollkommen einschlagen. Also es gibt aber keinen wirklichen kompletten Fehlgriff, überhaupt nicht im Gegenteil. Aber eben auch nicht den kompletten Fallburner. Auch wenn ich sagen muss, dass ich Barbaric wirklich sehr, sehr liebe. Ich kann diesem Album 7,8 von 10 Punkten geben. Das war die Review zu Blurs neuem Album. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte likes das Video, abonnierst den Kanal, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Bandred Music. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.